so leute grüßt euch und willkommen zu einer weiteren folge pokémon mmo 3d und wahrscheinlich so mit perfekter fissiger auch noch natürlich hier irgendwie hier ich glaube es war einfach ganz normal in die richtung weil wir müssen der schade dass man hier nicht mit diesem einzigen kalt gerade im back-off-off-off-off das ist ja schon nicht schlecht wie hier ja aber so langsam ist aber auch gut ne oder komm also noch mal ein hagel verliebt oh kriege was ist wieder ha ja aber das ist gut die Gegner brauchen wir immer ne ja aber gut das geht jetzt das freut du so weil ähm da wird unglaublich doch unser pokémon mmo 3d natürlich ne ja wieder pokémon ach und pokémon 3d leute ne darum auch den titel zum update news ähm weil es richtig die musik auch was für mich und mein deutsch ähm ich bin ein ganz solcher der gut trainieren ja ich werde jetzt an den sprachen gearbeitet pokémon mmo 2konten ist deutsch und so weiter juhuuu dann kann ich das mal richtig am deutsch spielen und die ganzen pokémons auch mit deutschen namen sehen leute wir fressen und der hammer ja 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 ich muss schon mal weiß einfach wohl weil ich wird immer besser und besser und besser und besser ich kann mehr so ah ich bin das Meer gut so so ich bin redet das ist glaube ich egal aber ich weiß nicht ich bleib doch ein bisschen egal nein das kann ich noch einmal aber irgendwie ist irgendwo eine stelle da bin ich nicht vorhin gesehen am Bildern äh ja äh ich bin so jetzt ist die Frage warte mal ich sehe gerade schon das heißt nein das heißt aber eigentlich das heißt wenn ich jetzt den Berglaubs den Bergaufglauber beseitige irgendwie in der in die Richtung müsste dann da irgendwo durchs ober das so sein was ich wir können uns ja bereit ich kann schon wieder Und ja nervlich rum! Ey! Ey! Guck mal, was? Na, ha? Ha! Oh nein! Pumpy! Ich freu mich schon so was von mega wenn es einfach und Deutsch irgendwie alles ist hier und ey das hier so der Nummer ist doch schön! Wenn Leute download in der Videobeschreibung zu diesem Spiel hier und einfach mit den Pokémon in der Mode 3D und mit DVDs Das ist meine Seite zu dem Spiel Meine Seite zu dem Spiel Das heißt, die Deutschen werden die Spiele Die Deutschmache eigentlich nicht Die ist aber noch am Anfang aber da wird natürlich alles ausgebaut und das ist alles ausgebaut Das kann ja nur das nicht einhalten Ja, das Beste hat sich noch nicht Was ist das? Ich habe noch einiger Ich habe noch einiger Ich habe noch einiger Ich habe noch einiger Ja! Ok Leute, das hier ist tatsächlich der Ort ich habe nur wo das Chackel auftaucht Und was würde ich sagen? Let's Swallow! Wow! Aber Ich glaube Leute Ich glaube Leute wir gehen am besten äh im zweiten Kanal oder so und die wir für uns sehen Weil Chackel haben wir ja noch nicht und meinem Hauptcharakter habe ich den Chackel schon aber wir haben wir ja einiger Ah! Ja! Möchtung! Nächste Sie vielleicht uns Also Let's go So, ich habe in der Mitte nämlich Ruhe. Ich nehme an, dass... Irgendjemand ist hier schon. Also, das kann es doch nicht, meine Fresse. Uah. Uah, alles ist an. Gut, ich habe nie eine Säule. Es kommt doch schon. Gehen alle raus mit dir. Oh, die späten hier aber richtig viel. Oh, Mann. Also, der hat jetzt aber... Oh, die ist aber jetzt gerade richtig gut. Ich denke, ich muss es sein. Aber so richtig, aber so richtig. Ich bin hier gerade so, dass ich späten. Das ist späten. Und immer in der Mitte. und es wird dieKeine, es wird hier je lokal. Und es wird so! Denn die Keine machen die, also wie am Ende dreht. Und jetzt geht es doch. Ich dachte, ich werde Angst, die Kirche es nicht lah�, wie am Ende drin ist. Und dann wird das ... Ach, das bedeutet,�� euch würde nicht. Aber das ist das, ja. Und das ist das. Und das ist die Wildes Relaxo. Bitte, das ist die Wildes Relaxo. Ja, das ist die Wildes Relaxo. Wo bist du, Kollege? Ein Wildes Relaxo. Ja, Leute, Relaxo. Ich fass es nicht. Wir kriegen die Relaxo. Ja! Ja! Ey, Leute, Relaxo! Geil! Ja! Leute, Relaxo! Wir haben eine Relaxo. Wie geil. Bleib drin, bitte! Oh, du bist zu wenig. Du bist zu wenig. Hey! Verpiss dich! Das ist mein Pokémon! Hey! Hey! Gut! Ja! Es läuft doch nicht. Du hast es verstanden, Klopfkoch. So, und... Let's go! Yeah! Komm, bitte, bleib drin. Bitte, 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 bitte! Komm, 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 komm! Ja! Ja! Leute, Relaxo! Wir haben das Relaxo! Hier ist doch schön das Chuck... Ey, Leute, das ist ja heute ein richtig erfolgreiches Spiel. Also, heute ist es ja richtig... Eh, oh, wir haben das Relaxo, Leute! Das hatte ich jetzt aber gar nicht erwartet, das... das gestartet. Okay, nein. Ja, also, das hatte ich jetzt tatsächlich gar nicht erwartet. Ey, das ist hier Sport. Also, aufgetauscht. Eigentlich habe ich jetzt nach dem, äh, Chuckle gesucht. Hey, jetzt weiß ich, ob ihr es auf Deutsch heißt, aber es geht nicht so gut auf Deutsch. Hey, ich weiß ja welches ich meine. Dieses Baby-Dinoco, wie man ja nicht das macht, oder? Ich weiß nicht, ob ich die Pante hochschaufe, oder? Hey, aber ihr seid doch verscheuert alle, oder? Das gibt's doch nicht mit euch. Ich bin ja Doppel-Hammer, ey. Ich bin ja Doppel-Hammer. . . . . . . . Ja Kom, ich dite, ich dreiste, ich wäre, ich dite, ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe! Verkugt hier, hat man ja auch nicht nachdenkt. Oh, ey, zweit mal euch! Aber ihr habt sie doch nicht alle, ey! Aber die haben ja leider viel langscht. Fass uns nicht. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Komm, wir sind in den Schatten. Oh, das ist in den Schatten. Oh, das ist in den Schatten. Oh, mein Gott. Ach, das stimmt. Tja, ich kann ja das auch hier. Aber ich muss ihn für morgen noch mal langsam bald wegbringen. Das ist eigentlich auch noch so. Oh, mein Gott. Ey, Alter, mal. Oh, mein Gott. 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 Das fahre ich mir natürlich auch mal fix ein. Wie gut ist das denn schon wieder? Drei Teenie. Geil. Oh, dahinter ist noch ein Relaxo. Oha. Ich taue ja ganz... Ey. Megageil. Bin mal gespannt, was hier noch so alles kommt. Ey, cool. Na, vor Weihnachten. Überraschung. Na, ist doch wohl logisch. Das hier natürlich auch überraschend ist. Ey, das ist... Das ist... Alter. Und Shiny. Shiny Quiegel. Five. Yeah. Shiny. Boah, Leute, was ist das heute für ein Hammer-Spiel, ey. Also heute ist ja richtig geil. Relaxo. Rattini. Shiny Quiegel. Da lietit wo ihr das rein. Ja. Ist der Weg in der Hammer. Alter, also heute, ne. Boah. Sollte ich echt mal überlegen, ob ich die vielleicht heute wieder folgen mache, ne. Ich meine, vielleicht mache ich das sogar auch. Boah, aber... Boah. Ähm... Ich bin mal gespannt, was Heiliger Arter los. Dann wird noch nicht mal. Boah. Hey, jetzt gerade... Boah. Ein shiny... ...Kлейle habe ich eigentlich getroffen. Das war mega. Boah. 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 Was ist das? 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 Die machen weg die beschissene Leute! Die schreiten ja! Nein, das ist doch nicht so! Aber wie sieht dein Vater, dass du groß anhauerst? Ja, aber... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin jetzt hier aus der Verstattung! Sieh zu, dass du rausgehst, sonst hau ich dir in den Geräten! Hast du verstanden? Die Robox kam heute in die Traumung! Der kann sich nicht angreifen! Nicht angreifen! Niemals angreifen! Ich hab keine Sorgen! Wow, hier ist ein Fehler! Ucht echt nicht zeitgeững! Hier assessorieren! Achtung! Echt? Ucht WEchet! Achtung! Endlich, Heimann, Verluxerloge, yeah! Das ist so cool, du bist so cool. Bist du bist so cool? Hey, Hermann! Das ist so cool, du bist so cool. Ich warte jetzt's dich zu. Wir müssen dich verraten. Ich bin jetzt hier, du bist so cool. Achtung, du bist du. Ich bin jetzt so cool! Was? Was ist das? Was ist das? Es ist das? Ach ja, den habe ich angepasst, das geht besser. Oh, der ist ja nicht so. So muss eigentlich sein, wie das Chuttle auftaucht. Bis jetzt? Aber wir sind trotzdem noch weiter ab. Da fehlt bestimmt noch Connor Chuttle. Oh ne, wir haben noch 3 Minuten. Aber vielleicht, Leute, mache ich nachher noch ein paar. Mal gucken, erstmal jetzt du hier noch und dann schauen wir mal. War ja, die nächsten paar Fälle wieder so, ist ja klar. Ach so, ich denke schon, wie das denn? Na komm, jetzt ist der Mond. Na komm, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Hast du das? Ich habe das. Oh, ich muss ehrlich sagen, dass das so heftig stark ist. Ah, das ist ein Scheiß-Shit, ihr brecht nicht das Schild, ihr habt euch kaputt, das habt ihr verstanden? Hey, oh, mollo, ey, ja, das kannst auch nicht die ganze Zeit machen, ne? Dann muss auch ein bisschen, warum jetzt wieder aufgeladen ist, ne, Klopfsack? Tja, ey, das haben wir spinnen, die ganze Zeit, die wir von allen Seiten wieder angreifen, ich zeige euch das jetzt. Hier werden aber das ganz, wir haben ja alle gestoppt vorbei, ne? Ha! Ja, selber schon, was legt ihr mit mir an? Der geht hier alle drauf, was steht ihr das nicht? Legt ihr mit mir an? Es ist nicht zu eurem Besten oder zu eurem Schlecht. Weil ihr habt ja nur Schlecht, was geht ihr denn? Ein Besuch von ihr seid sowas von im Arsch, dass ihr im Arsch seid. Tach, wie so ein Mama ist. Ein Bonbon bisschen. So, ich hab doch gar nicht gemacht. So. Oh ja, komm, Alter, Mann. So. So, Leute, wir gehen jetzt aber erstmal zurück. Ja, ne, sag zum Center, weil wir jetzt einmal das Quick Kill reinstellen und schade auf, wer eine oder andere verkauft haben, ne? Let's go. Big Kill. Big God, Army. Das ist die Frage, wo ist es? Da ist es, ne? Geil. Was? So. Von der Einzeiten. Da machen wir halt. Ich hab das jetzt sehen. Da wollen wir noch eine, was ich hier sehen kann. Da war es, wie ich sagen. Ja. Hier meine Rote, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh, danke. Hab ich jetzt mein ganzes Geld rausgehauen, oder was? Doch, nicht. Zum Glück. Ja, immer noch genug. Aber cool, wir haben jetzt unsere Taschen weitergearbeitet. Ja. Zwei Becks. Zwei Taschenerweiterung im Herzen. Ja, Proko Outfit haben wir noch nicht gerade. So Leute, auf jeden Fall habe ich jetzt auch das Relaxen und ja. Also Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, gebt mir Daumen hoch und bis zum nächsten Mal bei Pokémon im Runde. Bye.